Da ist ein Frosch. Ja, da ist ein Frosch. Ich habe Angst, dass er mich angreift. Ich kann so nicht weiter essen. Der bewegt sich nicht mehr, dass ich ihn angeschaut habe. Ich habe zwei Bilder gemacht. Ich bewege sich nicht. Jetzt gehe ich mal langsam auf ihn zu. Ich hoffe, der kann nicht so hoch springen. Oh, der entschwanzt nicht. Das ist nur sein Bein. Er sieht aber sehr komisch auf. Der bewegt sich gar nicht. Leben tut er, weil er sich schon ein Stück weit bewegt hat. Aber ich werde jetzt nicht mehr herangehen, weil ich nie weiß, was auf mich hier zukommt. Vielleicht ist er giftig oder sonst was. Man hört ja von allen möglichen Froschen. Jetzt gehe ich einfach mal wieder weg und erstmal in Ruhe weiter. Falls er mich angreift, werde ich das aufnehmen und euch meinen Überlebenskampf zeigen. Drückt mir die Daumen.